... Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt, ne? Ach, ja, voll. Mein Haus. Das macht der Schmidt mal eben so. Ganz klasse. Ja, super. Super. Bist du bescheuert oder was? Bist du bekloppt oder was? Hast du Gase eingeatmet? Sag mal, bist du nur noch krank? Nein. Ja? Was sollen wir jetzt machen? Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du gehörst doch eingesperrt. Sag mal, bist du bekloppt? Sag mal, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Gib... Ist das doch nicht dein Ernst, ne? Ja, ist alles gut. Wo ist denn alles gut? Das sind die Bäume von meinen Schwiegereltern. Ja, Mann. Geh da jetzt hin, Mann. Geh da jetzt hin. Sieh zu. Nimm dein Scheißding da jetzt. Dann mach das nochmal. Wo soll ich denn hin? Nimm dein komisches Ding da. Mach da jetzt das Ding an. Sieh zu. Daniel. Sag mal, bist du nur noch bescheuert oder was? Du gehörst in den Knast. Das glaube ich nicht. Das ist krank. Das ist krank, was du machst. Oh, der ist so krank. Der ist so krank. Du bist so krank, bist du. Nimm den Feuerlöcher, Mann, du Vollpfosten. Meine Hecke. Meine Hecke. Der gehört in den Knast. Der hier. Schatz. Was? Schatz. Ey, Samba. Schatz, Mann. Hilf mir. Hilf mir. Nö, meine ich. Du, das ist hier. Eingesperrt. Das. Ja, der brennt mir mein Haus ab. Der ist bekloppt, ist der. Der hat nicht mehr eine Tasse im Schrank. Du bist so alleine, ey. Ich habe kein Verständnis mehr für dich. Komm, rein.